Shalom Aleichem allerseits, wir stehen jetzt kurz vor Shavuot. Und Shavuot ist die Zeit, wo Hashem hat uns gegeben die Torah. Die Torahgebung, die zehn Gebote, das ganze jüdische Volk nach dem Auszug von Ägypten haben gezählt 49 Tage. Und am Shabbat, es war am Shabbat, sechstens Sivan, haben sie die Torah bekommen. Es war ein großer Tag und das ganze jüdische Volk hat Gott gesehen. Alle, Männer, Frauen, Kinder, sogar die Mithelfers von der jüdischen Familie, die haben zu Hause mitgeholfen. Schifra, Mägde, Sklave, Putzfrau, Babysitter, alle haben Gott gesehen. Es war ein besonderer Tag. Praktisch heute, wie feiern wir Shavuot? Am Abend von Shavuot gehen wir in die Synagoge beten und anschließend gehen wir nach Hause, machen wir Kiddush und gleich essen und trinken. Später, bei Nacht, machen wir Tikunler Shavuot. Aber zuerst machen wir Seudah mit Essen und trinken. Auch Rabbi Lieser Agadol, der normalerweise dachte, dass Feiertage sind nicht da, um unserem Bauch Freude zu schenken, sondern unserem Geist. Normalerweise hat er gedacht, wozu gibt es Shabbat und Feiertage? Shabbat und Feiertage sind, um Gott besser, nahe zu dienen, nahe zur Familie, nahe zur Frau, nahe zu Kindern. Also das ist die Idee von normalerweise Shabbat und Jomtov. Insgesamt, wir haben im Jüdischen Kalender 53 Shabbat am Kalender plus 17 Feiertage. Das heißt, wenn jemand will wissen, unser Volk feiert 70 Tage am Jahr Jomtov. 70 Tage am Jahr haben wir Qualitative Zeit mit Gott, mit Familie, mit sich selbst. Alle 69 soll sein die Mehrheit, mehr Gott und wenig für uns. Aber Shabbat auch Rabbi Lieser sagt, dass wir soll mehr für uns haben. Haben Sie mitbekommen? Wie viele Tage am Jahr haben wir Jomtov? 30, 30, 70. 70, 70. Wie viele davon Shabbat? 30. Wie viele? 30. 53. Wie viele davon Jomtov? Sehr gut. Was ist die Idee von den 70 Tagen? Warum braucht man 70 Tage feiern? Shabbat und Jomtov? Qualitative, Kontakt mit Gott und mit? Mit sich selbst. Mit sich selbst und mit? Also, mehr für die Seele. Welcher Feiertage? Alle sind einverstanden. Soll sein mehr für den Körper und nicht nur für die Seele? Shabbat. Shabbat. Wer sagt das? Rabbi Lieser Hagadol. Auch Rabbi Lieser Hagadol, der sagt, dass Hashem hat uns gegeben Geschenke, Jomtov. Und zu feiern, für ihn, gerade Shabbat ist ein Jomtov, soll man essen. Und am Abend von Shabbat isst man. Und man isst auch eine milchige Speise und Käsekuchen und gute Sachen, weil die Jäden haben bekommen die Gesetze von Kaschut. Und sie haben nicht Zeit, ihre Töpfe, ihre Geschirr zu vorbereiten Fleisch dauert sehr lang. Rashi, Rashi ist der Kommentar von Tora. Er sagt, Wieso gerade am Shabbat brauchen wir mehr Essen und Trinken? Weil wenn ein Mensch isst und trinkt, zeigt er, dass er ist zufrieden und glücklich. Und weil das jüdische Volk will zeigen, dass wir sind froh und glücklich, dass Hashem, gelobt sei er, hat uns gegeben die Tora, wie machen wir das? Wie zeigen wir alle, alle Ausnahmen? Guck mal, wir sitzen hier verschiedene Gesichter. Jeder, der sitzt hier, hat nicht nur ein anderes Gesicht. Der hat auch eine andere Sicht. Jeden einer von uns denkt anders, fühlt anders, tickt anders und hat eine eigene Brille für diese Welt. Unglaublich. Es ist unglaublich, wie Menschen sind unterschiedlich. Wie kann man alle Menschen einbinden? In dem Moment, wo man isst und trinkt und man macht Sachen, wo alle ohne Ausnahme sind, menschlich sind und das macht keinen Unterschied. Okay, deshalb sagt Rashi, Rashi sagt, warum sollen wir am Shavuot essen und trinken? Warum? Warum sollen wir am Shavuot essen und trinken? Warum sollen wir am Shavuot essen und trinken? Weil wir dann alle zusammen sind. Warum sollen wir am Shavuot essen und trinken? Weil der Mensch dann glücklich ist und weil alle verschieden sind und dann aber zusammen essen und alle so menschlich sind. Warum sollen wir am Shavuot essen und trinken? Hat noch niemand die Antwort gesagt. Nein, um zu zeigen, dass die Tora uns Spaß macht. Gefällt. Weil in dem Moment, wo ein Mensch isst und trinkt, zeigt er, dass die Sachen macht ihm Freude. Okay? Ich wiederhole schnell, weil ich will, dass die Sachen bleiben und nicht so abstrakt zu schnell. Deshalb mache ich das langsam. Und wir stehen jetzt kurz vor Shavuot. Es gibt im Jüdischen Kalender Shabbatot und Yamin Tovim. Sag mir bitte, wie viele Shabbatot und wie viele Yamin Tovim? 3.5 und 6. Was? Shabbatot. Und was ist am Shavuot so besonders? Ich helfe dir. Weil am Shavuot ist, auch Ableser Agadol, der normalerweise sagt, soll man nur zum Gott dienen. Auch dann am Shavuot sagt er, beinen lachen, ihr braucht auch für euch viel Vergnügen, Spaß, Freude. Was macht alle Menschen Freude, ohne Ausnahme? Essen. Und trinken. Tora macht nicht jeden Spaß. Ja, aber Ableser Agadol. Ah, du gehst schon auf die nächste Idee. Sehr gut. Schkohäle. Und was sagt Rashi? Warum essen wir und trinken wir am Shavuot? Weil man bei Essen alle zusammenversammelt. Und dann alle mit einer Sammlung. Und was zeigt das, wenn alle zusammen und freudig sind? Glücklicher. Glücklicher und? Dass uns die Tora gefällt. Sehr gut. Also wir zeigen, dass die Tora uns gefällt. Wenn ein Mann und eine Frau heiraten, was macht man bei der Hochzeit? Der Nacht, der Nacht, der Nacht. Was macht man? Essen. Und trinken. Und trinken. Was passiert, wenn fünf Minuten vor dem Paar sagt der Mann und die Frau, sie heiraten nicht? Dann essen sie nicht. Dann essen sie nicht. Und warum essen sie nicht? Weil sie nicht glücklich ist. Weil es macht keine Freude zu essen. Weil es uns nicht bequemt. Etwas gefällt nicht. Wenn ein Mensch geht ihm nicht gut, zeigt er, dass er ist unglücklich. Dass er ist unzufrieden. Wenn ein Mensch ist nicht gut, hat er nicht Freude und Vergnügen beim Essen und Trinken. Und weil normalerweise Tora hätte eine Sache sein sollen, dass uns juch, belastung, schmerz, 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 schmerz. Rashi, gerade haben sie vor Ort, wo wir haben so eine große Tora. Mit 613 geboren und verboten gerade da soll man essen und trinken. Sogar es war eine große Amora der Rist Rabbi Yosef. Rabbi Yosef hat gegessen am Shavuot Kalbfleisch, der dritte Geborene in seiner Familie. Also der dritte Kalb, der kommt vom Kuh, ist der beste Kalb. Und steht geschrieben im Talmud, dass Rabbi Yosef am Shavuot hat gegessen ein Kalb, also der dritte Geburt von der Kuh. Okay, jetzt gehen wir weiter. Guckt mal auf eure Blätter, das habe ich euch gezeigt. Hashem hat uns in die Wüste, die ganze jüdische Volk, alle zwölf Stämme, verteilt auf vier Seiten. Wir beginnen mit Ost. Seht ihr, unten steht Mizrach. Habt ihr? Unten? Unten. Steht Mizrach Ost. Das ist die Flagge von Jehuda rechts, die Lüwe. Istachar sehen wir Sonne und Mond, weil er war ein Astrolog und ein Astronom und ein Tora-Gelehrter. Und Zvulun war mit Schiffen, der hat sehr viele Geschäfte gemacht, überall in der ganzen Welt. Und Istachar und Zvulun waren Partners. Was machten Partners? Eine bleibt im Geschäft und eine macht draußen. Ich gebe ein Beispiel. Manchmal Vater und Mutter. Vater ist Außenminister und Mutter ist Innenminister. Und die sind Partners. Jeder macht seine Aufgabe. Und man braucht beides. Genauso Istachar und Zvulun. Istachar hat gesessen und die Tora gelernt. Und Zvulun hat in der ganzen Welt Geschäfte gemacht. Wir haben in der anderen Seite oben, Marav. Was ist die andere Seite von Ost? Die Sonne geht jeden Morgen von welcher Seite? Ost. Und wo geht sie runter? In West. Das heißt, wir sind jetzt im Westen. Von hier, wenn man geht rein in die Synagoge, dort ist Ost. Und wenn man dreht Schabbat bei Boibe Shalom, in alle jüdischen Synagogen dreht man zurück. Und sieht man beim Schabbeseingang, wie die Sonne geht runter. Jeden Synagoge muss haben mindestens zwölf Fenster. Zwölf Windows. Stemmes Rechalonot. Eine Synagoge ohne zwölf Fenster. Sie ist nicht koscher zum Synagoge. Also wenn einer will lernen, irgendwann in seinem Leben Architektur oder Innenarchitektur. Hier gebe ich euch schon an, eine klare Sache für Synagoge. Ihre Richtung, die Arona Kodesch ist immer Ost. Die Haupteingang ist immer West. Und sollte sein von den Seiten mindestens wie viele Fenster? Zwölf. Und warum zwölf Fenster muss sein in der Synagoge? Weil es gibt zwölf Stämmen. Okay. Jetzt. Sie wissen, bei jedem gibt es sehr viele Strimungen. Gruppen. Aber alle gehören zu diesen zwölf. Was heißt das? Hashem hat uns beim Auszug von Ägypten wollte, soll jeder bleiben mit seinem Stamm. Von den Leuten, die sitzen hier in der Klasse, es gibt vielleicht zwei oder drei, die wissen, von welchem Stamm sind die. Wenn jemand ist ein Kohen oder ein Levi, dann weiß er, von welchem Stamm ist er. Aber wenn jemand ist nicht ein Kohen und nicht ein Levi, zum Beispiel, von welchem Stamm bist du? Weißt du nicht. Von welchem Stamm bist du? Ich denke, ich bin jetzt direkt von Israel, aber mein Opa ist Jehuda. Dein Opa ist Jehuda? Woher weißt du? Aber er hat uns geholfen. Wow. Ich bin ein bisschen überrascht. Ich bin ein bisschen überrascht. Also, dass er hat gesagt Nein, dass er hat gesagt Nein. Okay, ich weiß auch nicht, welchem Stamm bin ich. Ehrlich zu sagen, ich weiß nicht, welchem Stamm bin ich. Also, ich weiß nicht, von welchem Stamm von den zwölf Stämen. Wenn deine Mutter sagt, dass du bist vom Stamm Jehuda, würde ich mich sehr freuen, dass sie uns bitte Beweise bringen und fragen die Mama, woher nimmt sie das, dass du kommst vom Stamm Jehuda. Das wäre mir sehr interessant zu wissen. Von welchem Stamm bist du? Kohen. Kohen? Nein, ich bin bei meinem Vorbau, aber in der Vater. Vaterlicher Zeit ist Kohen? Ich habe nicht gewusst. Ich schiere an der Decke heute. Große Zaddiq in mir. Wow. Und wie ist der Familienname von dem Opa? Er hat zehn Jahre mit Zett. Zehn Jahre mit Zett. Und woher weißt du, dass er ein Kohen? Ich weiß nicht. Ich sage dir, woher. Er ist seit zehn Jahren gestorben und er war jetzt stark aktiv in der Gemeinde ein. Und wo liegt er? Und steht auf seinem Grab ein Kohen. Gib so ein Krug oder ein Zeichen. Den Krug bitte. Okay, ich gebe nur ein Beispiel. Weiß noch jemand hier seinen Stamm zufällig? Nein. Also ihr seht, wir haben genommen eine Stichprobe. Drei. Immer wenn wir machen eine Probe, macht man mit drei. Wir haben ein Israel. Wir haben ein Jehuda. Und wir haben auch ein Kohen vom Stamm Levi. Aber wir wissen nicht, von welchem Stamm wir sind da. Wenn Moschiach wird kommen, was wird Moschiach? Zuerst Moschiach wird sagen jedem Mensch, ob er überhaupt ein Jehudi ist oder nicht. Es gibt viele Leute, die glauben, die sind Jehudi, aber die sind nicht. Die sind nicht jeden. Und es gibt viele Gäume, die sie nicht wissen, dass die sind Jehudi. Und Moschiach wird sie sagen, du bist ein Jehudi. Einmal habe ich hier getroffen in Frankfurt. Was? Frag. Zuerst nicht jeden Mensch. Aber wie wird das praktisch sein? Sag ich. Wenn Moschiach wird kommen, wird kommen wieder den Brustschild von Kohengedol. Und der Brustschild von Kohengedol waren auch Diamanten und Steine von allen zwölf Stämmen. Und das war ein Weg, mit Aschen zu kommunizieren. Und da, wenn jemand hat einen Zweifel, wenn einer hat keinen Zweifel, dass er ist Jehudi, er wird nicht gehen, zu Moschiach zu fragen. Aber wenn einer zweifelt, er wird gehen zu Moschiach. Und Moschiach wird charakterisieren die Menschen nach ihrer Eigenschaft, auch zu welchem Stamm gehören sie. Wenn einer hat zum Beispiel Neigung, er will sein ein Lehrer. Das ist eine Lebensmission von Kindheit. Es gibt solche Menschen, sie wissen von Kindheit, weil sie sein wollen. Wenn einer sagt von Kindheit, er will sein ein Lehrer, 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 oder ein Schriftsteller, Schriftsteller, gehört er zum Stamm Schimmon. Wenn einer sagt von Kindheit, ich will machen nur Geschäfte in meinem Leben. Ich will nur reisen im Schiff, auf ein Kamel, fliegen, Business, only Business all over the world. Und der Mensch will immer fliegen und reisen und machen Geschäfte. Gehört er zum Stammesvolumen? Wenn jemand hat so ein tiefes Sitzfleisch und er kann lang lernen, ohne unterbrochen. Wenn einer kann lang lernen, ohne unterbrechen. Und er interessiert sich für Astrologie, der interessiert sich für Astronomie. Mag sein, dass er gehört zum Stamm Issacham. Und so alle zwölf Stämmen haben ihren bestimmten Charakter. Okay, bitte sehr. Wenn Sie jetzt Brüder sind oder Schwester, mit der einen ist so und der andere so. Von Stamm kann es sein anders. Den gehören Sie alle zum selben Stamm. Vielleicht etwas Interessantes. Gibt es heute Menschen, die suchen einen Job nach Bewertung und Ergebnis. Nicht nach Lebensneigung. Und deshalb sucht der Mensch nach seiner Aufgabe, die er tut. Viele Leute haben verschiedene Arbeit. Gib mir bitte einen besseren Brot. Sei so lieb. Schöpfer, tu da. Da steht ein unbenutzter. Wo? Oh, das wäre besser. Ich danke dir. Wenn jemand möchte einen Schluck, das ist sehr platt. Das ist... Ich danke dir. Ich danke dir. Ich danke dir. Ich danke dir. Normalerweise, jeder Stamm hat seine Neigung und seine Charakter. Wenn der Mensch kommt, jeder wird machen. Okay, gehen wir weiter. Die Torah gehört zu Moshe und zu Jakob. So wie wir sagen, die Torah hat uns Moshe, 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 Kihilat, Jakob. Warum schuf Gott die Welt? Gott schuf die Welt wegen zwei Sachen. Wegen Volk Israel und wegen die Torah. Das ist die Grund, warum Hashem hat die Welt geschafft. Nur wegen die zwei Sachen. Wegen Am Israel und wegen die Torah. Jetzt meine Frage an euch. Was ist Hauptsache und was ist Nebensache? Ist die Torah die Hauptsache und deshalb Gott hat es geschafft auf jüdischem Volk? Oder jüdischem Volk am Israel ist die Hauptsache und deshalb Gott hat es geschafft auf Tora? Wer möchte antworten? Habt ihr die Frage verstanden? Kannst du es noch mal wiederholen? Ja. Steht geschrieben, Am Anfang schuf Gott. Was schuf der Bereishis? Jüdischem Volk am Israel heißt Reshit und die Torah heißt auch Reshit, Bereshit. Die zwei heißen Reshit. Das heißt, Gott schuf die Welt für Volk Israel und Gott schuf die Welt für Tora. Und meine Frage ist, was ist die Hauptsache und was ist die Nebensache? Es gibt Suppe und die Suppe hat Mandeln. Suppe Mandeln. Was ist bei Suppe Hauptsache? Mandeln oder die Suppe? Die Suppe. Der Mandel ist Nebensache. Deshalb braucht man nicht auf die Mandelach zu machen, ein extra Bracha. Aber jetzt meine Frage, bei Tora und Israel, was ist die Hauptsache und was ist die Nebensache? Und die Gründung? Bitte? Also wenn die Tora die Hauptsache wäre, dann wäre es ja kein Volk, der an die Tora glaubt. Deswegen würde ich sagen, dass das Volk... Nein, vielleicht die Tora ist die Hauptsache und deshalb schuf Gott auch ein Volk, damit soll er die Tora ausüben. Vielleicht gibt es eine Idee. Die Tora ist die Hauptsache, Gott schuf die Tora zweitausend Generationen vor die Weltschöpfung. Und wenn die Tora war alleine, dann hat Gott gesagt, okay, die Tora kann nicht alleine sein, ich brauche auf irgendeine Gruppe, soll diese Tora lernen, hat geschafft, am Israel. Verstanden die Frage? Ja. Will jemand noch eine Antwort geben? Verstanden die Frage? Ja, ja. Du glaubst, das Volk ist die Hauptsache. Du glaubst, das Volk ist die Hauptsache? Ich glaube auch. Was sagst du? Vielleicht bei allem, weil das eine oder das andere kein Thema ist. Mag sein. Aber trotzdem frage ich, was ist die Hauptsache? Was wurde geschafft für was? Vielleicht ist die Tora, die Hauptsache, weil ohne die Tora wäre das jüdische Volk, das jüdische Volk. Also er sagt noch ein interessantes Argument. Vielleicht die Tora ist die Hauptsache, weil ohne Tora war das jüdische Volk, nicht das jüdische Volk. Okay, interessant. Ja, noch eine Meinung? Ich würde sagen auch, ich würde auch die Tora sagen, weil die Tora wurde ja für das jüdische Volk erschaffen. Und das sind ja die Regeln, an denen die sich richten. Das ist schon wichtig. Also du sagst, die Tora ist die Programm, die Grundlage und dafür Gott hat geschafft auch ein Volk. Okay, ich höre, was er sagt. Diese Frage ist nicht meine. Diese Frage steht in einem Buch von Eliyahu Anavi, vom Prophet Elias. Dieses Buch heißt Tone de Be' Eliyahu. Steht geschrieben in Tana de Be' Eliyahu. So. Kam ein kluger Mann und ein weiser Mann zu Eliyahu Anavi? Und er hat gesagt, Rabbi, darf ich eine Frage stellen? Sagt er ja. Sagt er ja, aber ich habe Angst, diese Frage werde ich ärgern. Darf ich trotzdem fragen? Sagt er ja. Darfst du? Sagt er, meine Frage ist. Ah, sagte Eliyahu Anavi, wenn ich weiß, dass du fragst eine Frage vom Tora, ich werde nie wutend sein. Wenn einer stellt eine Frage vom Tora, gibt es keinen Grund, sich zu ärgern. Fragt diesen Mann, ich liebe zwei Sachen sehr viel. Ich liebe das jüdische Volk sehr viel und ich liebe auch die Tora sehr viel. Und meine Frage ist, wer ist wichtiger für die beiden? Diese Frage stellt der Mensch Eliyahu Anavi. Eliyahu Anavi sagt ihm, Menschen glauben in dieser Welt, dass die Tora ist wichtiger, weil Gott schuf die Tora. 2000 Generationen vor die Weltschöpfung. Aber ich gebe dir eine andere Antwort. Volk Israel ist wichtiger als die Tora. Und ich gebe dir auch ein Beispiel. Eliyahu Anavi sagt ihm, stell mal vor. Eliyahu Anavi sagt der Mann, ich gebe dir auch ein Beispiel. Es gibt einen König, großen König, der hat Frau und Kinder und er geht zu einem Krieg, zu einem anderen Land. Jahrelang ist er in einem anderen Land. Und dann schreibt er ein langes, langes Brief, Schriftrolle, zu seinem Spruch und für seine Kinder. Wie sollen sie sich benehmen in seinem Palast ohne ihn, dass der Papa ist im Krieg? Und dann schickt er diesen Brief zu seinen Kindern, zu seiner Familie. Was ist jetzt bei dem Papa im Krieg die Hauptsache? Den Brief zu schreiben oder seine Familie soll sie den Brief bekommen? Ja, bitte? Die Familie, die den Brief bekommen. Das heißt, was sagt Eliyahu zu dem Mann? Was ist wichtiger? Das Volk. Das Volk, warum? Weil in dem Moment, wo es gibt Frauen, Kinder und Familie, brauchen sie auch einen Brief. Verstanden? Hast du verstanden? Okay, machen wir schnell eine Wiederholung, um die Sache zu sehen, dass Adam das kapiert. Meine Frage ist, wir beginnen wieder mit dir, wenn du einverstanden bist. Wie viele Tage im Jahr, alle sind einverstanden, das muss man mehr genießen als geistig steigern? Mit den 70? Ich frage, wie viele Tage, alle sind einverstanden, das ist wichtig auch zu genießen. Welcher Feiertag? Schawuert. 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 Ja, fein Wort. Sag mir bitte, warum gerade am Schawuert muss man genießen und essen und trinken? Dann zeigt man, das man, die Torah mag, die Torah liebt. Sehr gut. Sag mir bitte, was wird Mashiach machen, gleich wenn er kommt. Was wird er tun? Waren Sie schon da? Noch nicht. Hey, hast du gehört? Was Mashiach wird machen, wenn er kommt. Die erste Sache. Okay, was wird er machen? Hast du gehört? Okay, dann wiederholen Sie es. Wenn Mashiach wird kommen, er wird sagen jedem Mensch, ob er ist er oder nicht, und er wird auch sagen jedem Mensch, von welchem Stamm ist er. Warum? Warum hast du das dritte Kalb gegessen am Shavuot? Bitte? Das dritte Kalb. Das dritte Kalb. Und warum hast du das dritte Kalb gegessen? Es ist immer am besten. Es ist immer am besten. Ich freue mich. Gehen wir weiter. Sag mir bitte, für welche zwei Gründen schuf der Ebister, der Jibäine, der Jibäine, der Jibäine, der Jibäine auf sein Welt? en Wegen der Jibäine. Wegen der Jibäine und dem Volk. Sag mir jetzt bitte, wie hat der Mann gefragt Elijahu Hanavit, ob er ihm eine Frage stellen kann? Wie hat er das gemacht? und was hat er noch dazu gesagt und ich hoffe dass du nicht sauer wirst und was hat Eliyahu wie geantwortet ja was hat Eliyahu wie ihm geantwortet ja bitte wenn sie Fragen von Tora stellen ich werde nie sauer sein ich werde hundertmal wiederholen weil das ist meine Aufgabe meine Aufgabe ist zu lernen die Tora und wenn jemand wird fragen eine Frage von Tora ich werde nie sauer sein nie in meinem Leben weil das ist die Frage die er wissen will was sagte Eliyahu Anavi was ist wichtiger jüdischem Volk oder die Tora von dem jüdischen Volk das jüdische Volk und welches Beispiel hat er ihm gegeben dass er ein Vater im Krieg ist und seine Familie einen Brief schreibt dann ist es wichtiger als die Familie den Brief verhält sehr gut warum die Familie ist wichtiger den Brief als der Brief weil er hat keinen Grund zu schicken einen Brief wenn niemand diesen Brief ausüben so wie war sein Argument am Anfang dein Argument war genau das am Anfang okay gehen wir weiter Schkojach ihr weißt sehr gut Schkojach machen wir weiter jetzt jeden eine von den zwölf Stämmen hatte auch eine Flagge was ist eine Flagge ist Flagge was Heiliges oder was Symbolisches oder was Wichtiges aber bitte überlegen auf die Frage ja was Symbolisches ist was Symbolisches ist also was Symbolisches hat aber man beispielsweise auch nicht drauf reden darf sondern weil es in der Beziehung heilig ist weil es halt das Volk symbolisiert so wie wenn man jetzt draufkommt so wie wenn man es sich selbst okay und soll niemand seine Gefühle verletzen verstanden also wenn es gibt ein Bild von Familie von jemand das ist nur ein Bild aber wenn einer nimmt und reißt dieses Bild dann beleidigt diese Familie okay gehen wir weiter und damit will ich schließen den ersten Teil guck mal wie schön hat das jüdische Volk gegangen rum um den Mishkan neben dem Mishkan waren drei Gruppen Gershon Gerhard und Merari Mosche Aaron und seine Kinder und zwölf Stämen jetzt will ich sagen eine Idee von einem großen Tzadik der hat gewohnt in England der der in fünf Minuten kriegt die Pause lass nur die Idee in fünf Minuten lass mich nur die Idee zu beenden Raff Dessler sagt ein großer Raff sagt es gibt drei Kategorien von Seder von Ordnung es gibt eine Ordnung wo diese Ordnung ist sehr schön im Augen wenn einer sieht Ordnung von vielen Soldaten oder von Garten und er sieht Sachen in Ordnung was macht das in seinen Augen Freude stimmt also wenn einer sieht große Ordnung habt ihr schon gesehen so Soldaten von Schachmat stehen auf der Tafel wenn sie stehen alle richtig wie sieht das aus gut die Augen die Augen von dem Mensch liebt Ordnung in die Augen das ist die erste Idee von Ordnung von Seder zweite Sache warum braucht man Ordnung wer will mir sagen warum ist Ordnung wichtig um Sachen zu finden und wenn einer fragt seine Mama wo ist meine Kuli die Kuli ist dort wo hast du das gelebt es ist nicht woanders das heißt wenn jemand will richtig leben in dieser Welt was braucht er Seder Ordnung wenn jemand fragt dir wie geht es dir was sagst du Baruch Hashem was heißt alles in Ordnung und wenn es nicht in Ordnung was bedeutet es es ist Balagan Balagan bedeutet Sachen die bei mir nicht unter Kontrolle ich kann sie nicht einordnen oder vom Stress oder von mental oder von Freundschaft weiß ich nicht gibt es Momente wo die Sachen sind nicht in Ordnung also wir haben schon zwei Beispiele gegeben was heißt wozu braucht man Seder wer will mir sagen das erste Argument warum braucht man Seder ja sehr gut weil man sieht wenn man sieht Sachen in Ordnung die sind schön sollt ihr wissen wenn man kommt zum Geschäften und alles steht schön in Ordnung auf dem Platz es gibt es dem Menschen ein gutes Gefühl zu kaufen was passiert wenn du kommst zu einem Geschäft und es Balagan es macht die Freude zu kaufen oder gehst du woanders gehst du woanders ein ordentlicher Ort Bibliothek es ist in Ordnung alles steht in Ordnung das ist der erste Grund es ist schön dass man sieht alles auf seinem Platz wer will sagen was ist der zweite Grund von Ordnung ja bitte damit die Sachen wiederfinden jeder soll wissen wo ist seine Tasche und wo ist seine Jacke und wo ist seine Nachtkippa und wo ist seine warme Socken manchmal ein Mensch steht auf frühmorgend und es ist kalt und es ist dunkel und er sucht seine Gatkes er sucht seine weiß ich nicht irgendeine Charge zur Batterie zum Telefon manchmal wenn du hast du hast nicht diesen Kabel wie ist dieses Gefühl zu suchen dem Kabel gut oder nicht gut Krise oder du gehst und du gehst und du gehst und du machst noch eine Runde wie ein Fuchs im Loch also du machst so Routine und du findest nicht warum findest du nicht weil du hast Ballagang was sollst du machen um den Ballagang zu vermeiden legen das in Aufräumen ok jetzt kommt die letzte Sache Ordnung bedeutet dass jeder macht seine Aufgabe was er machen soll niemand soll gucken auf die Aufgabe von jemand anders wie er macht seine Aufgabe deshalb das jüdische Volk ist individuelle und kollektive aber Gott will nicht sollen alle dieselbe sein jeden einer von euch ist ein besonderer Mensch man braucht Chassidim und Aschkenazim und Spharadim und Litaiim und Mizrachiim man braucht alles warum weil jeden einer ist ein Fenster wie soll er Gott dienen einmal mein Rebbe hat gegeben sehr gute Beispiele einmal sind gekommen zwei Juden zum Schabbat zu einem jüdischen Städten ein reicher Mann und ein Kutscher und es war eine Stunde vor Schabbat der Kutscher hat geduscht für Schabbat wie lang fünf Minuten der reicher Mann hat geduscht zum Schabbat wie lang lang noch eine Säife und noch eine Shampoo und noch eine Creme und noch eine Handtuch und noch eine Zähne putzen und die Nebel gemacht und dann lang geht auf der Kutscher der Arme war in die Synagoge und der reicher Mann geht viertel Stunde vor Schabbat in die Synagoge und was sieht er ein anderer jüd nebisch hat mit seinem Waggon in dem Schnee in eine Sumpf gekrochen so Schakarr Unterhörer gesunken danke gesunken und der reicher Mann war ein netter Mensch und er wollte dir helfen aber der hat keine Erfahrung wie nimmt man raus Pferden und Wagen von Sumpf und er hat sich lang gearbeitet und geschwitzt und zum Schluss hat er ihm raus gekrochen nach einer Viertelstunde seine ganzen schabbat dicken Kleider waren schon blutig und er ist zurück nach Hause der Kutscher in die Synagoge war aber in die Synagoge waren auch arme Leute die haben auch gesucht einen Platz wo zu essen am Schabbat aber der Kutscher konnte sich nicht helfen mein Rebat hat gesagt etwas sehr süß guck mal wie die Welt war jetzt umgekehrt während die Kutscher draußen war der Mensch ganz schnell raus von seinen Sumpf und wäre der reiche Mann in die Synagoge hätten die armen Leute sofort Platz zu essen ich schließe hat jemand gesehen eine Fabrik wie macht man Streichhölzer habt ihr nicht gesehen es war hier in Deutschland eine sehr ich weiß nicht ob ihr weißt es war hier eine Sendung mit dem Maus Löwenzahn der Löwenzahn ist gestorben ja also wenn meine Kinder waren klein die sind gegangen in Altenheim und da gibt dort Fernsehen und eine von den Sendungen die habe ich meinen Kindern immer erlaubt zu gucken war Sendung mit dem Maus mit diesem Mann Löwenzahn er ist ein richtig deutscher und ein anständiger Berufs wie nicht nur Moderator auch ein Profi von Beruf von Sachen von Handwerker und er zeigt immer wie man Fabriken wie Honig wie Streichhölzer wie macht man diese Schwarz was man macht in Autobahn wie heißt das Nein nicht die Schwarze an sich Thea Danke und er zeigt immer wie man macht einmal hat er gezeigt wie macht man Weinflaschen und er hat gesagt dass in eine große große Maschine spart man viele Menschen stimmt aber wenn die Maschine ist kaputt die ganze Fabrik steht die ganze Fabrik steht das ist der Nachteil von Maschine Maschinen sparen viele Menschen viel Personal aber wenn etwas ist kaputt und es gibt kein Computer oder keine Maschine oder kein Strom wenn es gibt kein Strom Tschüss alle gehen nach Hause kann man nichts mehr was machen genau so ist das jüdische Volk das jüdische Volk ist wie eine Fabrik alle sind zusammen jeder bringt seine besondere Leistung und Idee und nach zehn Minuten Pause reden wir über Tikum Lel Shavuot aber bitte kommen Sie pünktlich stehen Vielen Dank.